Musik Gestern habe ich ihn gesehen, diesen Artillerieoffizier, den sie Durchbruchmüller nennen. Er ist hier, um die Sinfonie unserer 10.000 Geschütze zu dirigieren, die in nur 5 Stunden 3 Millionen Granaten abfeuern. Über die feindlichen Linien fegt eine Wolke aus Flammen und Asche hinweg. Und dann, indem wir eine Sprechung durch die Stadt Traversie machen können, können wir den Millen schützen und schützen die Stadt der Amiens. Sprechung 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 Oh! Oh! Das war's. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?